Der Moorleerpfad ist für den Tourismus auf der Teichalm eine wichtige Errungenschaft. Er führt den Besuchern vor Augen, wie seltene Biotope entstanden sind. Damit alle Besucher einen Eindruck dieses seltenen Biotops bekommen, erklären Tafeln am Rande des Moorleerpfades die Pflanzen- und Tierwelt dieses empfindlichen Ökosystems. Der Pfad ist auf Trägern und Lärchenpolen gelagert und führt so trockenen Fußes durch das ganze Moor. Es gibt eine überdachte Aussichtsplattform und sonstige schöne Plätze, an denen man das Teichalm-Moor überblicken kann. Der Pfad ist circa ein Kilometer lang und kann für sich oder zusammen mit einer Umrundung des Teichalmsees erkundet werden. Schon in den Jahren 2000 und 2001 wurde ein Weg durch das Moor angelegt. In seiner jetzigen Form entstand er 2019 und 2020. Es handelt sich bei diesem Moor um ein sehr sensibles Gebiet. Da ist es ganz natürlich, dass hier gewisse Regeln gelten. Die Stege dürfen nicht verlassen werden, was einsichtig ist, wenn man den Untergrund betrachtet und die Spuren mancher sich verlaufender Kühe sieht. Dass auch Tiere und Pflanzen dieses Lebensraums tabu sind, ist offensichtlich. Auch hat der Abfall der Gäste dort nichts zu suchen. Der Weg ist ganzjährig begehbar und sicher zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Wenn ich auf den festen Planken des 655 Meter langen Steges gehe und auf den morastigen Untergrund schaue, fällt mir der Psalm 40 ein. Er stammt von David, der in seinem Leben Höhen und Tiefen erlebt hat. Er schreibt, immer habe ich auf Jahwe gehofft und er hat sich mir zugewandt, er hat mein Rufen gehört. David erlebte in seinem Leben Schuld, die wirklich beängstigend war. Auch für mich gilt das. Nicht im selben Maß, aber wer ist schon ohne Schuld? Und hier erlebt David etwas Entscheidendes. Er beschreibt das so. Er, nämlich Gott, zog mich aus dem brodelnden Loch, befreite mich aus Schlick und Schlamm und stellte mich auf festen Grund. Das war seine Erfahrung. Er wurde aus den Verstrickungen ärgster Sünden befreit und auf einen sicheren Grund gestellt. Das wurde ich auch. Und dieser feste Grund, in anderen Übersetzungen steht hier Fels, dieser feste Grund ist Jesus. David schreibt weiter, er gab meinen Schritten sicheren Halt und legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott. So wie ich auf den Polen hier sicher über den moorigen Grund gehen kann, ist ein Leben mit Jesus. Und das ist dieses neue Lied. Ein Leben in der Nachfolge Jesu. Wie wunderbar ist seine Güte. Aber David gibt noch einen Hinweis. Er schreibt, viele sehen es und sie beginnen ihm, nämlich Gott, zu vertrauen. Ein Mensch, der durch Gott auf den rettenden Fels Jesus gestellt wird, ist Zeuge, ja Vorbild für andere Menschen. Was für eine Verantwortung für jeden Christen. Ich danke Gott für diese Möglichkeit, aus dem Schlamm der Sünde befreit zu werden.